oh hey willkommen mein name ist der new yp und ich begrüße euch zurück zur let's play dragonboy snowverse in der letzten folge haben wir den legendären super sauer dem brohle besiegt und jetzt was so steht der brohle einfach so im toki-toki stark ohne irgendwie alles vermischtel ich meine soroko perücke aufziehen was bist du dieses aus wie abschauen ist es gleich wer du bist erstellen wir so kommen und ich angreifen musik im rohle in der kampf und was holen nichts als super sauer zu machen stoppen bevor alles zerstört okay ich darf nur alleine kämpfe der ist nicht leicht zu besiegen habe ich das gefühl aber wenn es noch ein gegner ist vielleicht also ich weiß nicht noch eigentlich der machte mit einschlag fertig was den film der kreter noch da hat irgendwie kakt also fest man uns werkt wo damals war irgendwie bohle über portste kakt der zeiten es ist bild aufgetaucht und wisst sie dann ein bisschen anders aus also nebenbei wahrscheinlich bekomme ich die ultimative herausforderung wenn ich irgendwie kein von dem ja wecken lasse nein so schwach also wo es weg ist weil ich da war da machen soll ich habe es jetzt gegen die man kämpft nicht so normal aus geht weiter und kommt jetzt noch das ist gut oder mit der helfer war geht nicht die berge noch der weltraum was okay und das war nur alleine aber bloß das hier wie blöd sperme nicht wie blöd sperme Ist das, wo sie ultimativ angefroßt werden, nee. Kann ich nicht einmal angreifen? Ja, genau so. Ist das. Kann ich das sagen? Hä? Mein Meister will dich unterstützen. Okay, ich weiß nicht, was er gemacht hat. Ich glaube, ich habe ihn abgebrochen. Ich muss stehen. Ja, komm, das schaffen wir. Na... Ah... Waaaah... Na, komm her... Ist doch alles... Nein! mit gut ausgehen jetzt mal mehr ausdauer da sind auch nicht wichtig ist das so viel dieser riesen meteor bekommen die ultimativen anruf von ihm das habe ich einzige sache die wir bekommen konnten sehr schön da steht ja dann Tuki Tuki als wer hat nichts ne mein Ki ist steil noch einmal noch einmal ja ok passt glaube ich gar nicht hier durch ne so ich habe noch sehen zwei sind noch übrig alle questmäßig machen wir die auch noch die müssen wir eigentlich in dem Fall auch noch schaffen Vater und Kind der Sieg ist von Goku, Vegeta und Mr. Satan warum dann kann ich auch mal einige Charaktere zeigen weil ich habe Dragon Balls mäßig hier ein paar Leute gewünscht spielbare Charaktere und das sind Charaktere aus Dragon Ball GT Shenlong Super C17 und Gogeta Vierfacher Super Saiyajin und irgendein Charakter fehlt mir noch ich will nicht wissen wer das ist ich werde den schon irgendwie bekommen keine Ahnung nehmen uns jedenfalls hier mal mit das erste mal hatte ich hier irgendwie Omega Schindungen japanischer glaube ich oder seit langer Zeit glaube ich voll weise klingt er ok weiß noch nicht wie es nach dem Parallel Quest projektmäßiger weiter geht irgendwann wird es auf jeden Fall fortgesetzt ich weiß noch nicht warum wann immer noch gern wissen weil das jeder weiß das ist so eine fröhliche Musik ja Abschiedsmusik oder was das ist so eine fröhliche Musik ja Abschiedsmusik oder was noch gehst du schick Entschuldigung was haben wir von Gotenberg Ihnen auch Dich ich probierter macht den fällig das ist nur noch anpusten und kreisen die sich die ganze zeit wir haben jetzt nicht echt die ganze Zeit im Kreis übrigens immer noch nicht so wurden in den blauen Klamotten noch richtig den Sitz sowohl der da war doch mal ein Kampf den ich gerne sehen würde Super Saiyan 4 Bogeta gegen Bills mein Omega Shenlong hatte keine Chance gegen Bogeta der war schon überpowered zu dem Zeitpunkt ich weiß GG ist jetzt nicht mehr erkennen sagte Akira Toyama selber aber trotzdem aber trotzdem ein paar Sachen in Dreymojty waren gut fand ich das Beispiel für alle gegen die vierfachen Super Saiyan 2 und 1 zu design ist die Richtigkeit und die Umsetzung komisch das das Kind sein Erwachsenen verbreitet vierfach Super Saiyan 3 das macht irgendwie nicht wirklich Sinn glaube ich und ich komme direkt rein und Son Goku kommt mit seiner ultimate das war so klar das ist jetzt mein Ding sei mein Ausgleich ich sag's doch Son Goku und seinen Spam ne Vegeta hat mehr KP als Son Goku ich glaube sogar mit wo geht er müsste sogar Bills ich glaube nicht dass den so einfach wegschritten würde ich kann mir nicht vorstellen dass Super Saiyan 2 und Gott Son Goku stärker als Gogeta ist Super Saiyan 2 und Gott hatte Son Goku mit Bild mithalten können ein bisschen da seht ihr da seht ihr andauern ich weiß es mit Auerndauern wenn er angefangen ist aber ich halte nicht so viel ausgedient und ich hab nicht was soll was soll was soll außerdem kann meine Super Saiyan 4 theoretisch ablaufen aber die können die immer einsetzen und das ist Bullshit komischerweise hält er weniger das ist so eine fröhliche passen jetzt war der kampf auf leben und tot gibt es so eine hohe lebenspalten so wenig aufhält auch bei laut alter ich dachte so schnell teilein einsetzen ja ja war es okay so haben wir ja das ist ein blödsinn mir fehlt außerdem noch viele kostüme von einigen charakteren zwischen die freischalten ich habe das alle ultimativen finisher ich habe alle parallelquests gleich ich habe alle story mission muss ich dann auch machen obwohl ich habe 92 parallelquests abschlussrat hat heißt da müssen auch welche kommen eigentlich so wer fest die 3w 800 stelle ich mir jetzt nicht so schwierig vor da nehmen wir mal die beiden die legendären super siergens da ist jetzt die frage wer war der legendäre super siergens roll ist der legendäre super siergens tausend jahre nach der legende also zur jetzigen zeit und dann ist da nur so eine theorie das war doch der super siergens der legendäre super siergens war der von dem freezer gehört hat und vegeta hat von irgendeinem anderen super siergens gehört das sind zwei komplett andere legenden so wie ich das verstanden habe steht da nein ok auch was wir machen das könnte lange dauern hier ich habe er normal angefangen wir als ein super kam ja perfekt kann ja was nur einbalken das hat gesagt so ganz leise jetzt mal ganz ehrlich das ist eine lachnummer wenn ich an die parallel quest dran davor denken muss vollkommen zerstört haben das hat eine lachnummer ja für die schaden wird es schein mehr abzuziehen ja er redet so leise mit der barock rolli oder wie geht das irgendwie so leise ich habe immer so leise so irgendjemanden wo ich dich kapseln an der platz jetzt gesagt mit karte ist auch noch gut gefunden und dann manchmal irgendwie so die gänge sucht wo hin muss war doch ist da was macht ein barock hier sagt er ist ein lach noch mal wenn man daran denkt was ich für parallel was vorher machen musste das hat ihn mit müssen noch mehr kommen ich habe ja endlich geschütztes finale da kommen wir hier ob es da bin ich ab weil wir noch nie leben das ist nicht abgesehen reich nicht da geht nicht war einfach mal angefangen wie sonst auch immer ich werde so fast mein nein hätte ich gemacht finisher und da kommt aber nicht hier ja ich habe die fähigkeit da ist wieder oben die herausforderung soll es am besten bringen hier liegen ab oder was nach dem zeitsoldaten ernsthaft er hat genau so land da auf die wolke im drang mal bekommen frage ist jetzt bekomme ich noch welche oder nicht wenn ich wie bekomme ich sie da 94 23 müssten eigentlich nur drin sein dafür sind nicht nur welche gefahren du hier oben die ist ja ja das sieht schon wieder richtig heftig aus 53 455 da könnten die letzten vielleicht sein kamekameha hundertfaches urknallkappel am jahr margin kam ja okay das anführerste teufels sachen okay das schafft man ja wohl so wohl drei trainworts zurück mag ich jetzt einfach so und welcher wohl noch hier in dem part schaffen der nächste part oh gott ich sollte mal gucken ob ich neue klamotten kaufen kann da wird vielleicht auch mal eine gute idee wenn jetzt weiter gekommen dann kann ich jetzt wieder neue sachen wollen kriga ruhe nie holt drei dragon balls zurück ja lockerball selbst wenn die auftaucht er hat hier gute erfahrungspunkte gibt dann weiß ich wie ich meinen anderen tag hier auf der wahl haben es auch geschafft was ist das ist eine letzte mission ja gewonnen aber das ist viel einfach als hier mit zell und wo und freezer die mission so ich nehme an die letzten dinger sie die schwersten wir haben jetzt abgeschlossen 96 ja kommt hin wenn jeder zwei prozent gibt dann gucken wir mal ob wir neue sachen kaufen können woher gucken wir im nächsten part nach ein bisschen zu lang wieder ich bedanke mich alle für die zuschauer und wir sehen uns dann wahrscheinlich in der letzten folge von let's play Drainwalk Xenoverse mit ausnahme der DLCs ich bedanke mich alle für die zuschauer und sage tschüss bis zur nächsten folge glaube ich Bis zum nächsten Mal.